Ja, hallo, mein Name ist Roxy von Roxy's Podcast und ich sitze hier, Gott sei Dank, nicht alleine. Ich habe einen ganz, ganz tollen Gast vor mir sitzen, Vincent Klisch. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, schön hier zu sein. Ich freue mich wirklich sehr auf unseren Talk heute. Es wird ja heute bestimmt etwas spannend werden. Wir schauen jetzt einfach mal, woher man dich so kennt. Mir fällt da direkt so ein Wort ein. Auris, Thriller, ist das richtig? Die Reihe Auris ist so das Erfolgreichste, was ich gemacht habe mit Sebastian Fitzek zusammen, also nach einer Idee von Sebastian Fitzek. Tatsächlich hatten wir auch schon zwei Verfilmungen davon und das Ganze läuft auch, wo wir ja hier in einem Audioformat sind, sehr, sehr gut im Hörspiel von Audible, falls ich das sagen darf. Ja, also das ist das Bekannteste. Ich habe aber auch noch verschiedene andere Bücher geschrieben, die Severin Bösherz-Reihe, die Julius Kern-Reihe. Ja, der eine oder andere hat vielleicht schon was gelesen. Was können wir uns darunter vorstellen, wenn du sagst, nach einer Idee von Sebastian Fitzek? Also, wie habt ihr das Buch zusammengeschrieben? Hat er gesagt, hier, du, Vincent, ich habe da so eine Idee und du schreibst die? Oder wie war der Prozess? Tatsächlich war das so, dass Sebastian die Idee hatte, Akustik, Phonetik zum Thema für eine Hörspielreihe zu machen, was ja auch naheliegend ist und das mit Audible zusammen entwickelt hat. Und in dieser Zeit hatte ich mit ihm gerade ein anderes Projekt, das dann später nichts geworden ist. Zum Glück, denn dadurch ist es Auris geworden. Und ich hatte ihn gefragt, warum er denn diese schöne Idee, ein Phonetiker zur Hauptfigur einer Thriller-Reihe zu machen, also für diejenigen, die jetzt nicht so fit in dem Thema sind, jemand, der mit Geräuschen arbeitet, der Töne analysiert und eben mit Frequenzen ganz viel anfangen kann. Dass so jemand halt eine Hörspielreihe ergibt, hat er mir dann erklärt, das ist natürlich sinnvoll, also er hatte sich das als Hörspiel vorgestellt, aber nicht als Roman, denn wie soll man jetzt akustische Phänomene in einem Roman darstellen? Ich habe gesagt, naja, das kann man ja beschreiben. Um es nicht zu lang zu machen, es war dann tatsächlich eine ganze Weile sehr langer Entstehungsprozess des ganzen Projektes und am Ende war es dann so, dass er gesagt hat, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir beide entwickeln gemeinsam die Geschichte, basierend auf meiner Grundidee und du schreibst dann die Bücher dazu. Das ist, also es hört sich ja nach einem guten Mix an, sag ich mal. Ihr habt euch da sicherlich richtig gut ergänzt. Habe ich jetzt raushören können, dass ihr euch vorher schon kanntet oder habt ihr euch durch dieses Projekt erst kennengelernt? Wir kannten uns schon sehr lange. Wir waren jetzt nicht so Freunde im Sinne von, dass wir am Wochenende gegrillt hätten oder so, aber Thriller-Autoren in Berlin. Berlin ist zwar riesig, aber unter Thriller-Autoren ist es dann wieder ein Dorf. Da gibt es dann Veranstaltungen, regelmäßige Events, wo man sich dann mal über den Weg läuft. Und da kannten wir ihn schon seit vielen Jahren, immer so von Gesprächen, kollegialen Gesprächen. Und es kam dann irgendwann der Punkt, an dem ich auf der Suche nach einem neuen Team war und er hatte gerade ein Projekt, für das er jemanden gebraucht hatte. Das war dieses Projekt, was dann später nichts geworden ist, ohne dass es aber heute nicht diese Zusammenarbeit mit Aures gegeben hätte. Da hat er gesagt, na, lass uns das doch zusammen machen. Und während dieser Entstehungszeit des anderen Projektes hat sich dann gezeigt, dass es eigentlich viel interessanter für uns wäre, dieses Aures umzusetzen. Eben als Roman, was wie gesagt eigentlich gar nicht geplant war. Das ist so spannend, wie das Leben so manchmal spielt. Also da schließt sich die eine Tür und eine andere öffnet sich. Und ja, mega spannend auf jeden Fall. Du bist ja schon so im Thriller-Genre angesiedelt, oder? Das kann man schon sagen. Absolut. Ich habe immer nur Thriller geschrieben. Und ich werde auch manchmal gefragt, ob ich nicht auch mal was anderes schreiben wollen würde. Und eigentlich nicht. Also das Einzige, was ich gerne mal machen würde, wäre, den Thriller so ein bisschen auf eine ironische Ebene zu bringen. So Tarantino-mäßig. Also dass man so mit Brüchen arbeitet oder mit totalen Überspitzungen oder Überzeichnungen. Aber nein, ich bin auch beim Lesen oder wenn ich mir Filme angucke, immer hauptsächlich beim Thriller, weil ich so ein Mensch bin, der immer so eine über allem schwebende Bedrohung braucht, so eine Spannung. Ich brauche einen Bösen, der von einem Guten bekämpft wird. Das sind so diese archetypischen Prinzipien, die mich total interessieren und auch faszinieren. Und auch wenn das ja handwerklich, wie aber in jedem Genre, irgendwie immer gleich gemacht wird, ist es so faszinierend, die immer gleichen Prinzipien immer wieder mit neuen Geschichten zu füllen. Da bin ich total begeistert von. Und was anderes, ich weiß nicht, so ein Liebesroman, natürlich ein Liebesroman ist ja auch spannend. Jedes Buch ist immer spannend, sonst würde man es nicht lesen. Aber da ist dann niemand, der irgendwen umbringen will. Da gibt es keinen geisteskranken Gegenspieler, der irgendeinen irren Plan hat. Und nee, ich habe schon lieber die Action und die Spannung. Du brauchst es schon blutig, kann man das so sagen? Oder eher gesagt, du brauchst diesen Crime. Meine ersten Bücher, bevor ich mit Sebastian gearbeitet habe, die waren tatsächlich sehr blutig. Also richtig mit expliziten Gewaltdarstellungen. Ein Freund von mir ist Arzt, der mir dann auch wirklich so mit wissenschaftlich gruseliger Genauigkeit geliefert hat, wie man so grausame Dinge tun kann. Und erst seit ich mit Sebastian jetzt arbeite, der ja Psychothriller-Spezialist ist und bei dem es dann doch eher auf der psychologischen Ebene läuft, als auf dieser tatsächlichen grausamen Handlungsebene, habe ich festgestellt, dass mir das eigentlich sogar noch mehr Spaß macht, zwar die Spannung zu haben und natürlich auch wieder die Gegenspieler und die Guten und die Wendungen in letzter Sekunde und die ständige Bedrohung, die über allem schwebt, aber ohne, dass ständig Knochen brechen oder Blut spritzt, sondern doch eher so auf der emotionalen Ebene. Und ich finde gerade daran so spannend, dass man lässt ja dem Leser, der Leserin so diesen eigenen Handlungsspielraum im Kopf, wenn man es nicht richtig ausführt. Also wenn ich es richtig Wort für Wort beschrieben habe, klar, das hat auch so seinen eigenen besonderen Kick, aber wenn es so wie jetzt, ich beziehe das jetzt auf deine Bücher, wenn man das wirklich immer nur in Anführungszeichen so ein bisschen ankratzt, dann malt man es sich ja auf der, so die schlimmste Situation für einen selber aus. Und das ist ja bei jedem anders. Und das ist auch schon bewusst dann von dir gewählt, oder? Tatsächlich ist das wirklich so ein Effekt. Ich glaube, was wirklich jeder kennt, sogar Schüler, die den Film nicht gesehen haben, haben irgendwann mal von dieser Duschszene aus Psycho gehört. Und das war natürlich auch der Zeit geschuldet. Zu dieser Zeit eine nackte Frau unter der Dusche im Kino, unvorstellbar. Und halt auch wirklich brachiale Gewalt offen zu zeigen. Auch nicht vorstellbar, tricktechnisch wäre es auch noch schwierig gewesen, aber egal. Denn das Genie Hitchcock hatte ja die Regie. Und der hat, ich meine, wir kennen die Szene alle, ich fühle es nur nochmal aus, weil es so ein tolles Beispiel ist. Der hat das halt wirklich hinbekommen, dass eine der gruseligsten Filmszenen überhaupt, ich habe gehört, dass die Menschen damals teilweise monatelang nicht geduscht haben. Und ich glaube, diese Anekdote, ich kann es nicht überprüfen, aber ich glaube das gern, dass die Menschen damals dann wirklich Angst vor der Dusche hatten. Die spielt sich nur im Kopf ab. Man sieht gar nichts. Man sieht nicht, wie das Messer in den Körper geht, was ja heute mit CGI oder Tricktechnik explizit dargestellt wäre. Man sieht sowieso die Frau so gut wie gar nicht, weil ja Nacktheit nicht dargestellt werden darf. Also nur das Gesicht, mal das Knie. Aber das, was im Kopf abläuft und noch diese schreckliche Musik dazu, dieses Fiep, 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 das erzeugt Bilder im Kopf, die viel gruseliger sind, als man das tatsächlich darstellen oder zeigen könnte. Absolut, absolut. Und ich finde es so lustig. Ich habe mich gerade vorhin über den Film unterhalten und auch gerade über diese Szene. Und du hast es gerade voll gut wiedergegeben. Witzig. Aber tatsächlich, wenn man über Spannung redet, ist man dann relativ schnell so bei denselben Dingen. Also bei denselben Themen und diese Psychoszene, klar. Absolut. Was macht denn für dich ein Thriller aus? Tatsächlich, dass er nach den Regeln gespielt ist. Und das ist auch interessant in der Zusammenarbeit mit Sebastian, dass er, der ja nun nicht ohne Grund der erfolgreichste deutsche Thriller-Autor ist, ich glaube sogar der erfolgreichste deutsche Autor, dass er halt wirklich nochmal diesen Blick hat. Ich habe viele Thriller geschrieben. Ich glaube auch, dass ich das ganz gut kann. Aber dann kommt wirklich der Großmeister, der Yoda des Thriller-Schreibens, guckt sich das an. Und dann sind das 350 Seiten, an denen er dann irgendwann nichts mehr zu beanstanden hat. Aber dann sagt er, an der einen Stelle, da verhält sich die Figur falsch. Und dann erklärt er mir das. Und ich denke, das ist jetzt mein, weiß ich, zehntes Buch, was ich geschrieben habe. Und die sind auch, also ich bin jetzt, halte mich auch nicht für doof oder so, aber ja, tatsächlich. Da ist mir ein handwerklicher Fehler unterlaufen, den ich selbst gar nicht bemerkt habe. Sebastian Fitzgerald guckt sich 350 Seiten an und zeigt auf den einen Punkt und sagt da. Das ist wirklich nochmal was ganz anderes, ganz anderes Level. Das ist wirklich krass. Also klar, er macht das ja auch schon seit Jahren, so wie du auch. Und ich, glaubst du, das hängt auch so ein bisschen mit der Erfahrung zusammen? Oder sagst du, nee, da muss man schon so der Typ für sein, um da auf dieses Level zu kommen? Ich glaube tatsächlich, dass er in diesem Punkt und auch in vielen anderen Punkten wirklich ein Genie ist. Also ein Genie im Sinne von, das ist eine Gabe, die er hat, die auch schwer zu erklären ist. Ich sehe das immer mit Bewunderung, auch wenn er Ideen entwickelt. Und wie gesagt, ich sage das immer auf dem hohen Niveau, dass ich ja auch mittlerweile Bestsellerautor bin und ja auch ganz gute Bücher schreibe. Aber ich gucke mir dann so einen Sebastian an und sage, das ist wirklich ein eigenes Level. Zum Beispiel die Idee von Auris. Nehmen wir das als konkretes Beispiel. Er war auf der Autobahn, hat über die Freisprechanlage telefoniert. Da kennt man das ja auf der Autobahn, dass dann die Verbindung brüchig wird. Und er hat sich gedacht, jetzt müsste man irgendwie Tonexperte oder Geräuschexperte sein, um überhaupt noch was zu verstehen. So eine Gedanken haben wir alle. Jeden Tag haben wir dauernd so eine Gedanken. Aber Sebastian Fitzek erkennt, dass das eine wirklich große Idee ist. Ein Phonetiker als Hauptfigur einer Thriller. Man kann niemals sagen, dass es was noch nicht gegeben hat, weil es alles irgendwie schon mal bestimmt gegeben hat. Aber ich weiß jetzt kein Beispiel. Und selbst wenn es das schon zwei-, dreimal in irgendwelchen Varianten gegeben hat, jedenfalls nicht oft. Und seine Idee kam auch nicht daher, dass er das mal irgendwo, irgendwo gesehen hatte, sondern er hatte einfach nur den Gedanken, man müsste jetzt Hörspezialist sein, um das noch analysieren zu können. Und dann dachte er, Moment mal, das kann doch eine Hauptfigur für einen Thriller sein. Und das ist natürlich total originell, denn welcher Ermittler hat schon wirklich mit akustischen Informationen und mit Phonetik gearbeitet? Ja, ja. Und du hast mir jetzt auch einen richtig guten Übergang gegeben. Vielen lieben Dank dafür. Das war hier nicht geprobt. Aber lass uns doch mal über die Reihe sprechen. Hol uns mal ein bisschen ab. Um was geht es denn in der Reihe? Wir verallgemeinern das jetzt erst mal so ein bisschen, damit die ZuhörerInnen einfach wissen, worauf sie sich hier einlassen oder worauf sie sich bei der Reihe einlassen, falls sie diese noch nicht gelesen haben. Was ja unvorstellbar ist. Unvorstellbar. Aber vielleicht die ein oder andere Person, also es sind bestimmt nur eins oder zwei. Und die wollen wir jetzt einfach auch noch... In der gesamten Aures-Reihe mit mittlerweile fünf geschriebenen, vier veröffentlichten Teilen tauchen nur ein bis zwei Personen auf. Und obwohl es nur ein bis zwei Personen sind, weiß ich nicht genau, ob es eine oder zwei Personen sind. Tatsächlich haben wir zwei Hauptfiguren und die sind schon mal ein super Ermittler-Duo. Wir haben nämlich Matthias Hegel. Das ist der Phonetiker, forensischer Phonetiker, arbeitet für die Polizei. Und weil er ein Genie ist, ist er auch noch Arzt und Psychotherapeut. Alles ausgebildet und Diplomatensohn und Unternehmersohn. Und also das ist so diese große, starke, mächtige, kluge, reiche und damit eigentlich kaum angreifbare Figur. Und ihm zur Seite steht Jula Ansorge, die nun das ganze Gegenteil ist. Das ist eine junge Frau, die einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn hat, einen wahnsinnigen Drang für die zu kämpfen, die nicht für sich selbst kämpfen können. Die betreibt einen True-Crime-Podcast, weil es ja immer ums Hören geht. Insofern passt das ja hier auch wieder wunderbar rein. Aber tatsächlich auch, das war so von Sebastian die Idee, sie macht eben einen Podcast, weil Hören, es geht immer ums Hören in dem Ganzen, arbeitet auch vorher beim Radio. Dann schmeißt sie aber den Radio-Job hin, weil sie da mit ihrer Chefin nicht klarkommt. Und Jula ist sehr, sehr stringent und sehr, sehr strikt in ihren Verhaltensmethoden und moralischen Vorstellungen. Und die beiden geraten jetzt aneinander. Matthias Hegel, ich will es nicht zu weit ausführen, aber so beginnt die Geschichte. Matthias Hegel gesteht einen brutalen Mord an einer Obdachlosen, der in keiner Weise sinnvoll ist, der nicht zu ihm passt, der gar keine Logik ergibt. Und was soll das? Lässt sich nach zwei Prozesstagen, was bei einem Mordprozess eigentlich unvorstellbar ist, lässt sich nach zwei Prozesstagen zur Höchststrafe verurteilen und geht ins Gefängnis. Und Jula erkennt, da stimmt was nicht, da ist was faul. Und fängt an zu ermitteln. Warum begeht so ein Genie einen völlig grundlosen Mord an einer Obdachlosen, lässt sich dann widerstandslos zur Höchststrafe verurteilen und redet mit niemandem? So beginnt die Geschichte. Und das ist die Kernfrage des ersten Teils. Dann beginnt sie zu ermitteln, findet Anzeichen für seine Unschuld, findet Anzeichen für ein Komplott, was dagegen ihn gespinnt wird. Und das ist jetzt kein Spoiler, weil die Reihe ja mittlerweile vier Teile hat. Es gelingt ihr, so viel Zweifel an seiner Unschuld zu schaffen, dass er dann im Verlauf der Reihe freigesprochen wird, was aber deswegen nicht gespoilert ist, weil wir immer noch nicht wissen, am Ende des vierten Teils, hat er den Mord jetzt begangen oder nicht? Das wissen wir nicht, das ist zweifelhaft. Und damit hadert auch Jula. Hat sie jetzt doch einen Mörder aus dem Gefängnis geholt? Hat Hegel es so angestellt, dass alle glauben, er kann den Mord nicht begangen haben, weil er so einen stümperhaften Mord niemals begehen und ihn dann auch nicht gestehen würde? War das sein Trick? Oder ist er wirklich unschuldig? Und das schwebt über dem Verhältnis zwischen den beiden, was so eine ganz tolle Spannung schafft. Jula muss immer wieder mit Hegel zusammenarbeiten, weil die beiden einfach das perfekte Team sind und weil die Fälle das auch immer erfordern. Aber es bleibt immer so eine Reibung. Also es ist nicht so ein Liebespaar oder irgendwie am Ende werden sie heiratenpaar, sondern eigentlich wollen und können die gar nicht so richtig miteinander. Aber das zieht sich ja auch manchmal an. Also manchmal ergänzt sich das ja total gut, wenn das so der Fall ist. Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Reihe beinhaltet vier Bücher insgesamt. Bisher. Bisher, darauf wollte ich hinaus. Wird es noch irgendwie eine Fortsetzung geben? Der fünfte Teil ist schon fertig. Der erscheint voraussichtlich am 1.7. kommenden Jahres. Was ich deswegen so explizit sage, weil ich ständig bei Social Media gefragt werde, wann kommt denn der fünfte Teil? Und jetzt habe ich es schon mal an ein paar Leute rausgegeben. Dann sag das Datum bitte nochmal. 1.7. 1.7. 24 ist das dann? Bitte? 24 ist das dann. Genau, ja, genau. 1.7. Tatsächlich ist das so ein Freiberufler-Autoren-Ding bei mir. Ich habe einen Kalender, in dem steht, wann ich irgendwas abgeben muss oder wann irgendwie ein Termin ist. Aber ich habe nicht so einen Arbeitstag, Montag bis Freitag. Und ich weiß nie, welcher Wochentag ist. Also ich muss immer gucken, welcher Wochentag ist. Ich weiß auch nie, welches Datum ist. Und beim Jahr komme ich dann drauf. Aber sogar da muss ich immer noch mal kurz überlegen, welches Jahr wir gerade haben. Weil ich eben einfach nicht so nach dem Kalender lebe, sondern nach Kalendereinträgen. Aber wir haben das ja hier gut gemeinsam erörtern können. Und wo wir noch dabei sind, weil sonst kommen wir gleich davon ab und dann haben wir es beide vergessen. Die Frage war ja, ob es noch einen fünften Teil gibt. Ja, der erscheint im kommenden Jahr. Und für alle Fans der Reihe, es ist auch bereits unterschrieben, dass es einen sechsten Teil gibt. Wow, okay. Also mit so viel Insider-Infos hätte ich jetzt heute nicht gerechnet. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Aber ich will noch mal ganz kurz auf die Thematik zu sprechen kommen, dass du gesagt hast, die Bücher hängen ja irgendwo alle zusammen. Das heißt, ich muss als neue Leser, Leserin von vorne anfangen, also bei Band 1. Weil sonst macht das überhaupt keinen Sinn, oder? Nein, tatsächlich nicht. Also das war mir und Sebastian von Anfang an klar, dass natürlich jeder, der einsteigt in einem neuen Teil, sich da nicht, ich sage mal, veräppelt fühlt, verarscht fühlen soll. Wir sind ja keine Kinder mehr. Und wir sind auch nicht mehr 1950. Also soll sich da keiner verarscht fühlen und sagen, ich habe jetzt hier einen dritten Was? Das ist ein dritter Teil, wusste ich gar nicht, stand gar nicht drauf. Ich kann der Geschichte nicht folgen. Nein, auf gar keinen Fall. Es ist so, ich schreibe alle Bücher so, dass die paar Informationen, die man aus den Vorgängern wirklich haben muss, um es zu verstehen, die werden gleich am Anfang geliefert. Und die Informationen werden aber auch so geliefert, dass der neue Leser abgeholt wird, der alte aber nicht gelangweilt wird. Also ich erzähle dann immer in Dialogen oder in kurzen Erzählerpassagen, was man da wissen muss. Man kann zu jeder Zeit mit jedem Teil in die Reihe einsteigen. Allerdings, das ist schon richtig, natürlich macht es den größten Spaß, wenn man es in der richtigen Reihenfolge liest, weil es ja nicht vermeidbar ist, dass wenn jetzt im vierten Teil Hegel und Jula übers Feld laufen, dass sie dann im zweiten Teil wahrscheinlich nicht sterben. Also klar, aber auch wenn man es nicht in der richtigen Reihenfolge liest, kann man immer einsteigen. Das finde ich richtig gut. Also ich glaube, das war auch eine wichtige Info für die ZuhörerInnen. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal auf dich und deine Person zu sprechen kommen. Ich habe mir zu Ohren kommen lassen, dass du mal Comedian warst oder immer noch bist. Ist das wahr? Tatsächlich war ich lange Zeit Stand-Up-Comedian und dann später auch noch länger Moderator im Filmpark Babelsberg in Potsdam. Viele kennen ihn ja bestimmt. Da habe ich elf Jahre lang die Shows moderiert. Und das ist dann auch immer eher so eine Mischung aus Moderation und Comedy gewesen. Das habe ich sehr, sehr gern gemacht. Wow. Und da stellt sich mir tatsächlich die Frage, bist du schon immer so mit dem Wunsch verbunden gewesen, Autor zu werden oder kam das dann erst? Ich meine, so dieses Kreative hat ja irgendwo dann schon immer in dir geschlummert, aber kam das dann erst nach einer Zeit oder sagst du, nee, das hat mich schon mein Leben lang begleitet? Witzigerweise ist das dokumentiert und deswegen kann ich das mit absoluter Gewissheit beantworten, dass ich immer Schriftsteller werden wollte. Das erste Erlebnis ist, dass ich mit neun Jahren an einem Geschichtenwettbewerb der Stadtbücherei Zehlendorf teilgenommen habe. Da sollten die Kinder Geschichten schreiben, die mit dem Halbsatz beginnen, als ich gestern in den Keller ging. Was natürlich für so Kinder interessant ist im einstelligen Alter, weil der Keller ja viele Assoziationen. So, und da habe ich den ersten Preis gewonnen bei diesem Kindergeschichtenwettbewerb mit einer zwei DIN-A-Vier-Seiten, handschriftlich geschriebenen, mit Füller Geschichte, die im Nachhinein betrachtet ein paar schriftstellerische Mängel aufweist, die aber so niedlich geschrieben war, dass sie den ersten Preis gemacht hat. Dann habe ich mit 15, das war die Zeit des Mauerfalls, gab es vom Berliner Senat einen Geschichtenwettbewerb ausgeschrieben an Schüler, Ost-West-Liebesgeschichten zu schreiben, im jetzt nicht mehr geteilten Deutschland. Da habe ich den zweiten Preis gemacht und habe dann tatsächlich damals vom damaligen Bürgermeister noch eine Urkunde bekommen. Und habe also immer geschrieben, mit zwölf auf Klassenfahrten, habe ich tagsüber Gruselgeschichten geschrieben, die abends dann allen vorgelesen. Dann haben wir uns immer abends alle in einem Raum getroffen. Und diese Gruselgeschichten, wenn mal jemand zu einer Lesung von mir kommt, die habe ich meistens bei Lesungen zumindest dabei. Und wenn die Stimmung besonders gut ist, dann hole ich die gern auch mal raus und lese dann mal so eine Gruselgeschichte vor, die ich mit zwölf geschrieben habe. Und das einzig Gruselige daran ist, dass ich die wirklich gruselig fand, weil es ist so totkomisch, so unfreiwillig komisch, dass es wirklich der größte Lacher auf jeder Lesung ist. Und da, um wieder zurückzukommen zur Ausgangsfrage, da sind wir dann wieder bei dieser Comedian-Vergangenheit. Werde übrigens auch oft gefragt, vielleicht wäre die Frage jetzt gekommen, der greife ich dann vor, wie man das denn verknüpft, Comedy und Thriller. Und tatsächlich ist das handwerklich genau das Gleiche. Okay. Also wenn ich als Comedian auf eine Bühne gehe, dann beginne ich mit einer Geschichte und versuche, das Publikum da reinzuziehen und die gespannt darauf zu machen, wo führt das hin. Gestern war ich im Supermarkt, da ist mir was passiert. Da gehe ich um die Ecke, da wo immer das Popcorn steht. So und so weiter. Und die wollen jetzt wirklich wissen, was los ist. Und am Ende kommt eine Wendung, über die sie lachen. So. Und im Thriller ist es im Grunde das Gleiche. Wir gehen in den Supermarkt, um die Ecke, da wo das Popcorn stand. Und alle fragen sich, oh Gott, was passiert jetzt? Und dann kommt irgendwann eine Wendung und alle denken, oh Gott. Gott, aber handwerklich ist es genau dasselbe. Stimmt, ja. Es ist genau gleich. Jetzt gerade, wo du den zweiten Part ausgesprochen hast, du hast ja auch schon so eine Hörbuch-Sprecher-Stimme, ne? Ich habe lange überlegt, ob ich Sprecher werde, aber es ist mir auf Dauer zu blöd, sehr unnatürlich zu sprechen. Nein, das hat man mittlerweile, nachdem es ja auch sehr gute Tontechnik und gute Übertragungstechnik gibt, ist es ja nicht mehr so schlimm, weil wir reden ja auch ganz normal. Aber es ist ja doch immer so, das professionelle Sprecher dazu neigen, ein bisschen unnatürlich zu reden. Das stimmt. Das ist so gut eigentlich. Gerade beim Synchron allerdings. Also Synchronsprecher, das ist ja ganz schlimm. Die müssen ja wirklich super unnatürlich sprechen. Aber würden die natürlich sprechen, dann würde es nicht mehr natürlich klingen. Ich habe das auch beim, zwei Teile von Aure sind verfilmt worden und ich habe mir das nicht nehmen lassen, ab und zu mal am Set zu erscheinen. Und da war dann einer der Darsteller, mit dem ich in der Pause darüber gesprochen habe und ich meinte, wenn du so redest vor der Kamera, dann sprichst du ja sehr unnatürlich. Aber es würde total unnatürlich klingen, wenn er vor der Kamera ganz natürlich sprechen würde. Dann würde man denken, das ist irgendwie ein Improformat für RTL 2 mit Laiendarstellern. Also witzigerweise diese Ebene ist ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass es wirklich diese Spielebene ist. Also ich sehe das jetzt auf so einer Theaterbühne, auch wenn es im Fernsehen abläuft oder nur auf dem Kopfhörer, sehe ich das irgendwie auf einer Theaterbühne. Es hat so eine erhöhte Ebene. Dadurch weiß ich, ich bin in diesem abgesicherten Modus, das ist jetzt hier alles nicht echt. Das ist alles dramatisiert. Aber das gibt mir dann auch das gute Gefühl, ich bin in guten Händen, weil der Autor ja sehr wahrscheinlich dafür gesorgt haben wird, dass es dann wohl gut ausgehen wird. Ich glaube, das ist der Gedanke dahinter oder das Unbewusste dahinter. Machen wir mal ein kleines Spiel draus. Sprecht doch einfach mal unseren Protagonist und unsere Protagonistin aus Auris nach. Wie würdest du die wiedergeben? Buh, also nachsprechen. Ich würde sie so sprechen, wie ich sie selbst spreche. Ja, genau, meine ich, genau. Okay, bei nachsprechen, es gibt ja Hörbuchsprecher und Hörspiel-Sprecher. Hegel. Ja, doch, ich mache das ja bei Lesung. Dann schlage ich mal hier auf und suche mir mal einen Satz von Hegel. Da bin ich jetzt echt gespannt. Wenn das schnell gehen soll. Äh, ich habe jetzt hier gerade kein Satz. Jula. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich etwas mehr Mühe geben würden, beim Sprechen nicht ganz so hoch in die Höhen zu gehen. Das ist anstrengend zu hören. Sie müssen Ihren Sprechtrakt mehr aus dem Bauch heraus beleben. So würde er vielleicht sprechen. Und Jula, die ist sowieso, also natürlich werde ich jetzt keine Frauenstimme imitieren, sondern ja keine Comedy werden, aber sie ist, ähm, ich weiß wirklich nicht, was Sie sich vorgestellt haben. Wie denken Sie sich das eigentlich? Sie, Sie kommen hier einfach rein und erzählen mir irgendwelche Geschichten und machen sich überhaupt keine Gedanken darüber. Also so ist Jula. Ja, auf den Punkt getroffen. Ja. Finde ich echt gut. Und das war nicht, das war wirklich gerade super spontan. Also wir haben das jetzt nicht irgendwie. Ich hatte kurz gesehen, also wenn ich jetzt beim ganz schnellen Aufblättern eine Dialogpassage gefunden hätte, hätte ich Originaltexte aus dem Buch genommen, das wäre jetzt improvisiert, aber ja. Es muss auch manchmal spontan sein. Und das war sehr, sehr gut. So vielen lieben Dank, dass du das mitgemacht hast. Ich habe mir im, ja, im, ich habe mir vorab sozusagen Fragen aus der Community geben lassen. Da kam einiges rein. Und das allerdings muss ich kurz einwerfen, auch sinnvoll, das vorab zu machen, denn hinterher hätte es relativ wenig Sinn gehabt. Ja, danke. Ich habe im Nachgang Fragen aus der Community für dich eingeholt. Du beabsichtigst, im Anschluss an dieses Gespräch Fragen aus der Community einzuholen. Okay, wir lassen das einfach so stehen. Okay. Ich fange mit der ersten Frage. So, genau, hier. Ein Moment, jetzt muss ich, so jetzt, wo steckt Severin Bösherz? Kommt da nochmal was? Das bezieht sich jetzt auf? Auf meine Bösherz-Reihe? Genau, Bösherz hatte ich zwei Teile geschrieben vor Aurez. Dann haben meine damaliger Verlag und Agentur, wir haben die Zusammenarbeit beendet und ich bin ins neue Team gekommen mit Sebastian und da ging dann Aurez los. Natürlich, der neue Verlag und die neue Agentur haben dann gesagt, jetzt bauen wir dich mit Sebastian, mit diesem Aurez, neu auf. Das ist ein anderer Stil, das ist ein anderes Marketing. Wir wollen da jetzt nicht reingrätschen, indem wir nochmal die alten Bücher da jetzt zu schnell bringen. Ist dann allerdings nach dem vierten Teil oder nach dem dritten Teil von Aurez kam ein neuer Bösherz, den ich deswegen so wahnsinnig gern geschrieben habe, weil das so ein Hybrid war, aus meiner Zeit vor Aurez und der Zeit nach Aurez oder während Aurez, weil ich natürlich auch diesen neuen Stil, die Erfahrung, die ich mit Sebastian gesammelt hatte, konnte ich da alles einbauen, aber eben in einem ganz eigenen Buch mit meinen Figuren und meiner Geschichte. Es hat sich dann aber gezeigt, dass wir einfach uns alle einig waren, dass wir jetzt das Aurez erstmal fortsetzen, weil das einfach sehr gut läuft, wir dann noch viele tolle Ideen haben, wir das ja auch im Hörspiel immer noch begleitet haben von Audible. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch die Verfilmungen, das geht jetzt zurzeit erstmal nicht weiter, aber es war halt ein ganz großes Projekt und dann haben wir gesagt, es ist sinnvoll, das jetzt erstmal fortzusetzen. Meine Geschichten von davor, also auch die Reihe von davor, die Böshheitsreihe möchte ich gern fortsetzen, da habe ich auch wirklich viele tolle Ideen, zurzeit aber erstmal nicht. Also wir haben jetzt, wie gesagt, die Verträge für 5 und 6, der fünfte Teil ist geschrieben, an den sechsten werde ich mich dann in den kommenden Monaten ranmachen, der wird gerade so entwickelt, geplottet und dann gucken wir, ob es nach Aurez 6 weitergeht oder ob wir die Reihe da erstmal beenden. Da sagt man in der Fachsprache oder zumindest sagen wir das immer im Team, die Kinder werden ins Bett gebracht. Also wenn dann am Ende des sechsten Teils alle Handlungsfehlen erstmal geschlossen sind und keine Cliffhanger bestehen, dann können wir das erstmal ruhen lassen oder es gibt wieder einen hammermäßigen Cliffhanger, dann wissen die Leser, okay, das wird wohl wahrscheinlich weitergehen. Ja, 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 ja. Was war die ursprüngliche Frage? Immer wenn ich antworte, verliere ich mich irgendwann. Wann ist, nein, 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 das ist schon ein rundes Ding noch. Ich hatte es schon beantwortet, ja gut. Genau, wann es halt wieder einen neuen Bösherz. Genau, einen neuen Bösherz. Also erstmal noch nicht, weil jetzt das nächste, was ansteht, ist Aurez 6 und dann sprechen wir bereits, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es vielleicht mit Aurez dann erstmal zu Ende ist, ob ich vielleicht eine ganz neue Reihe starte. Also ich muss sagen, ich bin Bösherz-Fan. Ich habe beide Bücher gelesen und würde da vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Sehr gerne. Willst du vielleicht nochmal kurz erzählen, worum geht es denn in dieser Reihe? Also was können da die ZuhörerInnen erwarten? Und ich muss sagen, das erste Cover hatten wir so, also das zweite Cover ist auch schön, aber das erste Cover mit dem Zebra, wow, mega, mega nice. Ja, im Auge des Zebras. Das war der dritte Teil der Reihe, der allerdings dann erst nach Aurez kam. Ja, ja. Und also das war damals die Zeit, ich hatte meine ersten drei Bücher haben eine Trilogie gebildet und die war dann auch abgeschlossen. Und dann hieß es, was machen wir jetzt als nächstes? Und ich habe eine neue Hauptfigur erfunden. Zu dieser Zeit damals habe ich noch gesagt, ich werde immer nur männliche Hauptfiguren schreiben, weil ich mir nicht zutraue, konsequent eine weibliche Hauptfigur zu fühlen und zu denken als Mann. Ich habe jetzt auch keine Partnerin oder irgendwie sowas, also auch keine Frauen im näheren persönlichen Umfeld. Und ich dachte, da lehne ich mich so weit aus dem Fenster und kriege dann ständig die Kritik, sag mal, Vincent, deine Vorstellung, wie eine Frau tickt? Nee. Und deswegen ganz bewusst war es wieder ein Mann und habe dann diesen Bösherz sehr stark inspiriert von Sherlock Holmes, aber eben auch dem Sherlock von Benedict Cumberbatch, diese BBC-Serie. Das war so mein absolutes Flash-Lieblings-Ding. Ich dachte, okay, das archetypische Prinzip Sherlock Holmes, deduktive Ermittler, hat es tausendmal gegeben. Da kann man auch noch das tausend und erste Mal drauflegen. Aber Bösherz eben hat genügend Eigenheiten und ist weit genug weg von Sherlock Holmes, dass es keine bloße Kopie ist. Aber er hat eben dieses Deduktive. Der kommt in einen Raum rein, guckt sich einmal um und weiß absolut alles über die Geschichte dieses Raumes, über die Menschen, die in diesem Raum sind, über die Menschen, die in diesem Raum waren. Das ist natürlich spannend zu lesen, aber es ist relativ kompliziert, sich auszudenken. Was mir aber großen Spaß gemacht hat, das war wie so ein Denkspiel. Ich habe so überlegt, okay, Bösherz kommt rein und trifft eine Erkenntnis. Du warst gestern mit zwei Menschen im Schwimmbad. Einer davon ist allerdings früher gegangen und der andere hatte kein Geld dabei. Das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Aber mit so einer Äußerung habe ich mich dann aus dem Fenster gelehnt und da habe ich überlegt, okay, woran könnte man das alles erkennen? Und das war dann wirklich eine Bastelarbeit manchmal von Tagen, dass ich mir wirklich überlegt habe, was kann der jetzt sehen, an dem man das erkennen kann. Hat mir großen Spaß gemacht und das hätte ich auch sehr gern weitergeschrieben. Wobei allerdings im Auge des Zebras, das hast du ja gelesen, da hatte mir dann schon vom Verlag, die Lektorin hatte schon gesagt, der Bösherz, der ist so genial, der erkennt einfach alles, der weiß einfach alles sofort. Dem dabei zuzugucken, wie der einen Fall löst, ist nicht so spannend, wie seiner Kollegin Olivia zuzugucken, die ein ganz normaler Mensch ist, eine Polizistin, die halt einen guten moralischen Kompass hat und die ehrgeizig ist, die aber nicht diese Genialität hat. Und so ist dann bei Im Auge des Zebras Bösherz schon so in die privilegierte Nebenrolle gerutscht, während Olivia die Hauptrolle übernommen hat. Und in einer Fortsetzung würde Bösherz vielleicht sogar noch weiter zurückrücken und Olivia weiter nach vorn. Aber es würde immer Bösherz drin sein und vor allem auch sein Sohn Ferdinand, der ja genauso genial ist. Stimmt, ja. Weil natürlich ja schon das Markenzeichen dieser Bösherz-Reihe eben diese deduktiven Erkenntnisse und diese genialen Dinge sind. Absolut. Also ich habe eine sehr, sehr schöne Geschichte für den nächsten Bösherz-Teil. Also eine sehr abgefahrene Geschichte, sehr wendungsreich. Also ich würde sie sogar selbstkritisch, und ich bin, also man kann nicht erfolgreich als Autor sein, wenn man nicht selbstkritisch ist. Also ich bin sehr selbstkritisch. Ich würde sagen, es ist sogar wahrscheinlich die abgefahrenste Geschichte, die ich mir jemals ausgedacht habe, mit den meisten Wendungen. Wow. Und ich will die auf jeden Fall schreiben. Jetzt steht aber erst mal EURUS 6 an. Also diese Geschichte brauchen wir auf jeden Fall, Vincent. Also da führt kein Weg dran vorbei. Wir machen mal ganz flink mit den Community-Fragen weiter, weil ja, die ZuhörerInnen, die möchten natürlich, dass ihre Frage hier auch vorkommt, wenn sie sich schon mit einbringen. Nicht unbedingt die Antwort darauf, aber die Frage soll gehört werden. Genau. Liest du eigentlich selber, wenn ja, was? Ich lese sehr, sehr, sehr wenig. Also zum einen, ganz viele Menschen denken, man wird Autor, weil man so gern liest. Nein, man wird Autor, weil man so gern Geschichten erzählt. Und selber lesen tue ich deswegen nicht so viel, weil mich das kirre macht. Natürlich habe ich früher viel gelesen. Aber wenn ich jetzt einen Thriller von einem Kollegen lese, denke ich entweder, boah, ist das gut. Boah, das ist so gut. Und da kann ich ja auch gleich aufhören zu schreiben. Oder ich denke, wie kann man denn mit so einer Kacke so erfolgreich sein? Also, ich würde natürlich niemals irgendwelche Beispiele nennen, aber das sind die beiden Möglichkeiten. Die beiden Möglichkeiten sind die, dass ich entweder auf die eine oder auf die andere Seite irgendwie beine. Und das Dritte, was passieren kann, ist, dass ich denke, oh Gott, der hat da so eine ähnliche Idee, wie ich auch im Kopf habe. Ich wollte sowas Ähnliches auch machen. Und jetzt, wo ich weiß, dass das schon jemand geschrieben hat, kann ich es nicht mehr, weil ich immer denken würde. So, also, nee. Verstehe ich, ja. Tatsächlich relativ wenig. Und was für eine Rolle spielt Musik bei dir während des Schreibprozesses? Hast du da gar nichts? Null, 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 null. Tatsächlich, das ist meine männlichste Eigenschaft, Monotasking. Ich kann eine Sache gleichzeitig und sonst nichts. Wenn ich jetzt schreibe und dabei läuft Musik, dann funktioniert beides nicht mehr. Ich kann der Musik nicht richtig zuhören, ich kann mich nicht richtig auf den Text konzentrieren, nein, gar nicht. Also, es muss wirklich still sein. Ich glaube, das wäre bei mir auch der Fall. Also, um Gottes Willen, ich bin keine Autorin. Ich bin froh, dass es euch dafür gibt. Ich lese sehr viel. Aber ich glaube, ich könnte das auch nicht. Es würde mich nur ablenken. So, das Gedankenchaos würde dann, glaube ich, anfangen. Ja, also irgendwie, ja, ja, es ist dann so ein Sinn, der da, und jetzt auch noch, wo ich ja auch was mache, da arbeite ich mit einem Phonetikprofessor zusammen, der mich berät, dass die ganzen phonetischen Effekte und Behauptungen natürlich auch alle stimmig sind. Und Akustik, wenn ich dann noch darüber nachdenke, wie jetzt gerade der Schall durch die Luft fliegt und an mein Ohrhärchen wieder zurückgerechnet wird in Geräusche und nee, 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 nee. Was bedeutet denn der Titel Aures und wie ist dieser entstanden? Das ist tatsächlich ganz lustig. Also, erst mal, Aures ist Lateinisch für Ohr, das Ohr. Und damit schon mal klar, was es bedeutet und warum er gewählt wurde. Aber das war die erste Anekdote, der Start für diese ganze Reihe. Sebastian hatte mich angerufen. Wir hatten, wie gesagt, vorher ein anderes Projekt gemeinsam, das sich dann im Sander verlaufen hat. Und dann rief er mich an und ich kriege es noch ziemlich genau zusammen, was er gesagt hat. Ich meinte, ja, Vincent, ich hatte hier so eine Idee für eine Reihe. Ich habe es jetzt Aures genannt, so wird es nachher nicht heißen, weil dann jeder an Toyota denkt. Aber, und dann ging es weiter. Ach so, stimmt. Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht gerade. Toyota Aures, keine Werbung. Aber der Witz war, er hatte diese Idee, dass man mit akustischen Informationen arbeitet und dann wusste er, weil er natürlich auch sehr gebildet ist, Aures Lateinisch das Ohr, war auch ein super Titel. Er hat auch gleich einen super Titel gefunden. Aber das erste, was er gesagt hat, war, ich nenne es jetzt Aures, aber so wird es nachher nicht heißen, weil dann denken alle an Toyota. Und das Einzige, also die Grundidee für die Geschichte, die wir damals entwickelt haben, die ist nachher im Buch gar nicht mehr vorgekommen, weil wir in dem jahrelangen Entwicklungsprozess so oft alles umgestellt und umgeworfen haben, dass am Ende eine ganz andere Geschichte rauskam. Es ist so gut wie nichts von der allerersten Idee stehen geblieben, mit einer Ausnahme, der Titel Aures, von dem Sebastian meinte, na der wird es sowieso nicht. Das ist das Einzige, was wirklich geblieben ist. Und das stand auch in Zement, wirklich von Anfang an. Audible hat gleich gesagt, Aures, super Titel, nehmen wir, behalten wir, das war nie in Frage gestellt. Allerdings habe ich dann den Scherz gemacht, am Anfang des ersten Teils habe ich erzählt, gleich auf der zweiten Seite, dass die Spaßvögel beim LKA Hegel als Dienstwagen ein Toyota Aures gestellt haben, weil dieses Thema Toyota Aures einfach abgearbeitet werden musste. Für diejenigen, die daran noch gedacht haben, haben wir einen Gag drüber gemacht, wir haben gesagt, wir wissen, dass es dieses Auto gibt, wir haben einen kleinen Scherz gemacht und damit ist die Sache erledigt. Und ich glaube, seitdem denkt auch wirklich kaum noch jemand bei Aures an Toyota. Also das ist ja echt, also das mit der Erwähnung, daran kann ich mich sogar auch erinnern. Aber ich wäre da jetzt so von alleine, ich habe da gar keinen Bezug zu gezogen. Aber gut, manchmal hat man da einfach ein ganz anderes Augenmerk drauf. Was war denn bisher die blödeste Frage, die dir mal auf einer Lesung oder bei einem Fantreffen oder auf einer Buchmesse gestellt wurde? Die blödeste Frage. So, was fällt dir da ad hoc ein? Das Problem ist, die blödesten Fragen sind auch die am häufigsten gestellten Fragen. Und wenn ich das jetzt, na ja, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ja, woher nehmen Sie die Ideen für Ihre Bücher? Das ist eigentlich vordergründig keine blöde Frage. Aber dann andererseits, also wenn man dann so ein bisschen tiefer denkt, na ja, die Ideen, also ein Buch mit 350 Seiten und auf jeder Seite sind 40 Ideen. Jemand sagt was, jemand nimmt ein Glas in die Hand, jemand hat ein Kleidungsstück an, jemand befindet sich in irgendeiner Situation, ein Buch besteht ja nur aus Ideen. Und wo soll man die hernehmen? Die nehme ich natürlich aus meinem Kopf raus, aus meinen Erfahrungen. Und die Frage ist insofern nicht blöd, weil ich ja weiß, wie sie gemeint ist. Also ich glaube, damit ist gemeint die Grundidee, die Kernidee oder die Wendungen, die Twists. Und die ergeben sich dann in der Regel beim Schreiben. Also eine grobe Vorstellung hat man natürlich vorher schon. Es gibt auch ein Exposé. Man verkauft dem Verlag kein fertiges Buch, sondern 15 Seiten ungefähr, auf denen man beschreibt, was da passiert in dem Buch. Also bevor ich anfange zu schreiben, weiß ich schon, wie die Geschichte ausgeht. Aber sie dann auszukleiden, also ich habe einen Rohbau und der wird dann eingerichtet. Tapeten werden geklebt, ein Teppich wird gelegt, Blumenvasen werden hingestellt. Das alles passiert während des Schreibens. Und das kann ich ja alles nur aus mir selbst rausnehmen und aus meinen Erfahrungen, aus meinem Kopf oder aus den Dingen, die mich gerade umgeben. Und so ist im Grunde jedes meiner Bücher oder jedes Buch von irgendeinem Autor immer so eine Selbstoffenbarung. Also wenn böse Figuren handeln, dann haben sie böse Eigenschaften, die offenbaren, was ich für böse Eigenschaften halte. Und wenn Figuren was Gutes tun oder was Nettes tun, offenbare ich, was ich für nett empfinde. Also so kommt natürlich alles immer aus mir heraus. und jede, jede, jede Figur, die Charakterzüge hat. Hat natürlich Charakterzüge, die ich entweder bei Bekannten oder bei Menschen im Fernsehen beobachtet habe. Also 100 Prozent kommt immer aus mir selbst raus. Und daher, ja, woher nehme ich die Ideen? Lassen wir es einfach nur die Flasche Cola sein, die hier auf dem Tisch steht. Ja, ja, ja. Ja, das kann ich ja nachvollziehen. Zum Schluss die letzte Frage. Sind wir schon am Ende angekommen? Vincent, wir haben so viel geredet. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergangen ist. Und aber auch subjektives Zeitempfinden sitzen wir hier seit zehn Minuten. Ja, gell? Nicht für die Zuhörer, die geschlafen schon. Nein, das tun die nicht. Die tun nicht schlafen. Und wenn die schlafen werden, für alle, für alle Zuhörer, die jetzt gerade eingeschlafen sind. Wir machen jetzt noch eine letzte Frage. So, alle sind dabei. Jetzt bin ich auch wieder wach. Nein, Spaß. Was können wir denn jetzt in naher Zukunft noch von dir erwarten? Also, ob es jetzt irgendwelche Events sind, Lesereisen, Aktionen, neue Bücher, da haben wir jetzt schon so ein bisschen drüber gequatscht. Was gibt es da, was du uns noch verraten kannst? Ich werde mit einem Puppentheater über die Dörfer ziehen. Nein, das wäre ich nicht. Okay, zum Glück hat man meinen Gesichtsausdruck gerade nicht gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen und ihn zu beschreiben würde sogar mein sprachliches Verwögen übersteigen. Nein, also tatsächlich natürlich Aorus 5 im kommenden Jahr, aber das ist ja bereits geschrieben. Ja. Ich überarbeite gerade Aorus 5, also das beschäftige ich mich noch und dann lege ich los mit dem sechsten Teil. Lesungen werden es jetzt natürlich wieder mehr, immer so in einer dunklen, kühleren Jahreszeit. Da kann man dann einfach auf meine Internetseite gehen. Da steht, wann ich wo lese und wo du gerade bei Fragen warst, ich will nicht sagen doofe Fragen, weil die Leser können das ja nicht wissen, aber die Frage wird mir oft gestellt, warum kommst du denn nicht mal dahin, warum kommst du denn nicht mal dahin, muss ich nochmal dazu sagen, ich veranstalte keine Lesetour, also ich entscheide nicht, ich will da und da und da auftreten, sondern ich werde eingeladen oder nicht eingeladen und da, wo ich eingeladen werde, fahre ich hin. Also wenn jetzt jemand sagt, dass er sich doch wünschen würde, dass ich mal in seine Stadt komme und der hat einen super guten Draht zu seiner örtlichen Buchhandlung, kann dann die ja mal ansprechen, ob die mich für eine Lesung buchen wollen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt selbst veranstalte. Das macht Sebastian Fitzek, der macht mit jedem neuen Buch eine Tour, die er selbst veranstaltet, aber der füllt natürlich auch Hallen. Das ist dann halt auch schon immer ein Riesen-Event, das stimmt. Aber ich finde es gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast, weil diese Frage kommt wirklich immer wieder mal auf, jetzt nicht nur jetzt speziell auf dich bezogen, sondern generell auf Autoren. Deshalb sehr, sehr gut, dass wir das jetzt hier auch nochmal zusammengefasst haben. Ja, für mich bleibt es jetzt nur noch, mich bei dir zu bedanken. Ich habe mich sehr auf diese Aufnahme gefreut und das war so toll. Ich danke für die Einladung, mir hat es auch Spaß gemacht. Ja, sehr gerne und sehr, sehr gerne wieder und ich hoffe, den ZuhörerInnen hat es auch gefallen und ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was noch von dir kommt. Ich werde definitiv weiter deine Bücher lesen. Vielen, vielen Dank. und ja, vielen lieben Dank, dass du da warst für dieses Gespräch und ja, jetzt bleibt uns eigentlich nichts mehr als Tschüss zu sagen und du kannst gerne die Schlussworte übernehmen. Ich möchte feststellen, dass mir jetzt nur noch eins zu sagen bleibt. eins. Vincent. Okay, das waren Vincent's Schlussworte, er ist auch schon rausgegangen. Liebe ZuhörerInnen, es war ganz, ganz toll und bis zum nächsten Mal.